Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. Die Steiermark. Aus der Luft offenbaren sich sanfte Hügel im Süden und schroffe Gipfel im Norden. Alpinisten durchqueren die Schluchten. Zu Lande und zu Wasser. Auf den Almen wird der Nachwuchs für die Wiener Hofreitschule gezogen. Und im Ausseerland queren Gondeln die Seen. Wie in Venedig. Die Steiermark liegt im Herzen Österreichs. Die Reise führt von der steirischen Landeshauptstadt Graz zum Semmering und weiter über das Kalkgebirge der Obersteiermark bis zu den Seen des Salzkammerguts. Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Ihrem vollständig erhaltenen Stadtkern mit dem Urturm verdankt sie den Eintrag ins Weltkulturerbe. Inmitten der Altstadt befindet sich auch zeitgenössische Architektur. Das Kunsthaus, blaue Blase genannt, ist das neue Wahrzeichen der Stadt. Die Terrakotta-Dächer müssen regelmäßig gewartet und erneuert werden. Für diese Aufgabe gibt es Dachdeckermeister, die zu den entlegensten Winkeln klettern. Eine von ihnen ist Barbara Rockenbauer. Es ist ein Gefühl von Freiheit und es ist ein Gefühl von, ja, über die Dinge stehen, würde ich mal sagen. Der höchste Füßpunkt, auf dem ich war, das war der Taubenkobel in der Hofgasse. Ja, ein bisschen Höhentauglichkeit muss schon vorhanden sein. Man kommt zum Teil wirklich auch nur kriechend vorwärts oder man muss eben auf allen Vieren irgendwo sich einmal einen Ausstieg suchen. Auf den steilen Altstadtdächern zu arbeiten, ist wie Bergsteigen. Und auch so gefährlich. Barbara ist auch nach Jahren immer wieder neu von den Ausblicken auf die Dachgipfel fasziniert. Wenn man hierher oben so steht, dann ist ja die einzigartige Atmosphäre unserer Grazer Dachlandschaft sehr schnell zu erkennen. Und für mich ist hierher oben immer so eine gewisse Widerspenstigkeit und eine Unangepasstheit zu erkennen. Und dazu braucht es natürlich auch Fachleute, die das Ganze erhalten. Und, schauen wir mal. Ich persönlich empfinde es nicht so gefährlich. Es ist natürlich wichtig, oder absolut wichtig, dass man die Sicherheitsvorkehrungen einhält. Und zwar sowohl für die Mitarbeiter am Dach oder für die am Dach Tätigen, als auch natürlich für die Passanten. Seil und Karabiner gehören zu ihrer Arbeitsausrüstung. Um ein Dach zu überprüfen, müssen die Ziegel punktweise abgenommen werden. Denn auch das Gebälk darunter kann über die Jahre morsch geworden sein. Barbara lernt ihren Beruf von der Pike auf. Immerhin stammt sie aus einem alteingesessenen Dachdeckermeisterbetrieb in Graz. Mein Vater hat vor Jahrzehnten schon begonnen, sich um die Grazer Altstadt-Dächer sehr zu bemühen. Und das war ein inneres Verständnis und eine Überzeugtheit, dass diese historische Bausubstanz ganz einfach erhalten werden muss. Und mit dem Gedankengut sind wir eigentlich wie Kinder groß geworden, in einer Männerwelt zu bestehen. Wo eigentlich dann eher noch eine zusätzliche Herausforderung, wobei ich in Wahrheit eigentlich ganz dankbar bin. Und das auch wunderbar funktioniert. Soll ich schauen, woher das? Nein, ja. Und der Spahn hat aber auch nichts abgeräumt bei der Einräumstelle. Nein, das ist halt in Ordnung. Jetzt können wir losen. Jetzt können wir losen. Insbesondere in der Altstadt müssen die Dächer regelmäßig überprüft werden. Barbara untersucht auch die Unterkonstruktion auf mögliche Schäden an den Holzteilen. Nein, gibt's noch einen alten. Dieses Holz ist in Ordnung und kann die Last der Ziegel noch weiterhin tragen. Auch jeder einzelne Ziegel wird dem Klangtest unterzogen. So erkennt Barbara, ob der Dachziegel ausreichend Spannkraft hat und dicht hält. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ziegel, die wir hier herum in der Grazer Altstadt haben, teilweise bis zu 600 Jahre alt sind. Wir sind grundsätzlich natürlich sehr bemüht, die alten Ziegel, soweit es geht, zu erhalten. Für mich ist es auch ein großes Anliegen, dass man das Bewusstsein in Bezug auf die Grazer Altstadt ganz einfach schärft. Weil man darf ja nicht vergessen, unsere Arbeiten sind ja mindestens einige Jahrzehnte sichtbar. Industriell gefertigte Normziegel würden vom Stadtbild abweichen. Deshalb werden die von Barbara eingesetzten Ziegel noch nach den alten, überlieferten Formen und aus historischen Materialien hergestellt. Das nächste Ziel liegt im Süden von Graz, wo ein Kämpfer gegen die Gewalten des Wetters seine Zelte aufgeschlagen hat. Am Flughafen Thalerhof ist Walter Golob mit seinen Flugzeugen stationiert. Mit seinen wendigen Maschinen fliegt er Einsätze im Bergland südlich von Graz. Und zwar dann, wenn alle anderen am Boden bleiben. Ich habe nicht gewusst, was da für eine Leidenschaft drin ist, sondern ich habe einfach nur ganz profan eine Möglichkeit gesucht, das Flugzeug wirtschaftlich einzusetzen. Das Fentum ist erst gekommen, da mit dem Fliegen. Es hat zwei Faktoren. Erstens ist es hochinteressant. Es ist jeder Tag anders beim Gewitter. Es ist spannend. Es ist ein gewisser Reiz drinnen. Walter Golob ist Hagelbomber. Wird aus der Gewitterwolke eine Hagelwolke, müssen die Piloten sofort starten. Im Dienste der Obst- und Weinbauern, deren Ernte dann in Gefahr ist. Es ist wahrscheinlich Zeit, dass du einmal startest. Und wenn notwendig, bringen wir die anderen zwei Flieger nach. Ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen betagt, das Alter. Und mir macht das Fliegen noch immer Spaß, muss ich dazu sagen. Und ich habe wirklich 25 Jahre, habe ich fünf Monate im Jahr vom 1. Mai bis Ende September hier im Wohnwagen gewohnt. Und erst mal der Meteorologe gesagt hat, naja, es werden zwei Tage einmal nichts sein. Wie kannst du einmal zwei Tage nach Hause zu deiner Frau fahren? Bin ich daheim, da wirst du das See um die Hausecke herumkommen. Da ist mir die Frau schon in den Gelegen gelaufen. Und da hat gesagt, es schwindet um den Raden, das Gewitter kommt mir raus. Oft muss binnen kurzer Zeit entschieden werden, ob es zu einem Einsatz kommt oder nicht. Wenn wir sehen, eine Gewitterfront kommt sehr schnell, dann starten wir auch eine Stunde vorher. Und die Leute wundern sich, wenn wir im blauen Himmel fliegen. Der mittlerweile über 70-Jährige und seine Kollegen wissen, dass Unheil naht. Eine mehrere Kilometer hohe Wolke, die so weit in kalte Luftmassen hinaufdringt, dass sie nicht als Regen, sondern als Hagel niedergehen wird. Graz und seine Umgebung sind aufgrund der Beckenlage am Rand der Alpen besonders oft von Hagelunwettern bedroht. Warme Luft vom Südosten trifft auf kalte Luft von den Bergen. Mit ihren Flugzeugen fliegen Golob und sein Team direkt in das Herz eines Gewitters, worum alle anderen Piloten einen großen Bogen machen. Genau dort muss der Hagelbomber seine Fracht abfeuern. Silberjodid. Nach kurzer Zeit hat Walter Golob die am Wetterradar gesichtete Wolke erreicht. Er zündet die Brenner an den Flugzeugen, damit das Silberjodid ausströmen kann. Die extrem feinen Moleküle dienen als Kondensationskerne. Millionen solcher Kondensationskerne werden bei einem Einsatz in die Wolke geimpft, damit sich an ihnen kleine Tropfen bilden, die dann als Regen und nicht als Hagel niedergehen. Doch beim Flug in Gewitterwolken lauert ständig Gefahr. In der Wolke drin sieht man gar nichts. Außer eventuell Schnee, der einem entgegenkommt oder die Regentropfen, die einem entgegenkommen. Ich habe vor jeder Wolke eigentlich Respekt. Weil man darf diesen Job auch nicht leichtfertig machen. Walter Golob hat seine Fracht gut platziert und landet wieder sicher auf dem Flugfeld. Die mächtigen Gewitterwolken entladen sich als Regen über dem Land. Die Route führt weiter in die Berge westlich von Graz, wo eine der berühmtesten Pferdezuchten der Welt beheimatet ist. Auf einer Alm bei Schloss Piber verbringen die Hengste der Spanischen Hofreitschule in Wien ihre Jugendjahre. Die später blühten weißen Lipizzaner werden nicht weiß geboren. Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr sind sie wie alle Schimmel braun oder grau gefärbt. Jeder einzelne dieser Hengste ist ein Vermögenwert und hat einen Stammbaum, der über Jahrhunderte zurückreicht. Eine Herde von über 50 wilder, auf Kraft gezüchteter junger Hengste zu zähmen, ist kein leichter Job. Doch ein Traum für so manchen Pferdeliebhaber. Auch für Jakob Hofer, Mitarbeiter der Lipizzaner Zucht auf Schloss Piber. Wenn man in eine Herde reingeht, muss man zeigen, so jetzt bin ich hier der Chef, kurzzeitig und so kann eigentlich nichts passieren. Unsere Hengste werden ja gezüchtet für die Spanische Hofreitschule, um die hohe Reitkunst weiter durchzuführen. Und das Schöne ist, dass wir hier die Aufgabe haben, diese Junghengste auf unseren Armen aufzuziehen, auch auf unseren Außenstationen. Und wir härten unsere Jungs eigentlich ab, unsere Hengste. Sie bekommen gute Muskeln, die Seinen werden gestreckt, also für das ganze Wohl der Junghengste wird gesorgt auf den Armen. Und das ist wirklich schön, mit diesen Pferden drei Jahre auf der Alm zu verbringen. Die Alm befindet sich auf den Bergen rund um das Schloss Piber, in dem sich die eigentliche Zuchtanstalt befindet. Schloss Piber ist eine der berühmtesten Filmkulissen Österreichs. Kamerateams und tausende Touristen kommen jährlich hierher, um die Aufzucht der Lipizzaner zu bewundern. Und die Tradition der hohen Reitkunst. Von ihren Bereitern erlernen die Pferde die klassische Reitkunst. Figuren und Reitstil sind seit Jahrhunderten genau festgelegt. Auf Piber erfolgt die Grundausbildung der Pferde, die dann in Wien an der Hofreitschule fortgeführt wird. Jedes Pferd hat die Pferdesprache, also das lernt man mit Erfahrung, jahrelange Erfahrung. Man beobachtet die Tiere in der Gruppenhaltung. Natürlich, wenn das Pferd mit dem Mensch arbeitet, sollte das so funktionieren, dass das Pferd weiß, der Mensch ist jetzt das Alphatier. Dann kann ich vertrauen, wenn das Pferd in die Gruppe wieder zurückkommt, herrschen andere Gesetze. Da ist wirklich der Herdenverband wieder. Da gibt es natürlich auch einen Leithengst oder eine Leitstute von Natur aus. Das Gestüt gehört dem österreichischen Staat. Wie die Bereiter trägt auch Jakob eine Uniform. Er ist als Pfleger für den Nachwuchs zuständig. Wir kennen wirklich alle Pferde. Das ist für einen Besucher unglaublich, weil jedes Pferd für ihn gleich weiß ist. Man braucht ungefähr ein halbes Jahr, bis man unsere Zuchtstuten, also das sind 60 bis 70 Stück, wirklich rein rauskommt von der Herde. Und dann kommt schon die nächste Prüfung, wenn die Stuten die Vollen bekommen. Also, dass wir die Vollen von der Stute kennen. Das ist dann ein Erlebnis, wenn man die von klein auf kennt und kommen dann wieder zurück ins Gestüt und bekommen dort auch ihre Vollen schon. Wenn die Mittagszeit antritt, wo es warm wird, kommen sie dann in den Stall. Da ruhen sie sich aus. Die Mittagspause haben einen Schatten, haben ausreichend Wasser, so wie auch auf der Weide draußen. Und freuen sich dann schon wieder, wenn es am Abend rausgeht, auf den Auslauf und auf die Koppel. Die Zucht und die Haltung der kostbaren Lipizzaner sind aufwendig und über hunderte von Jahren genau dokumentiert. Der spätere Kaiser Maximilian II. begann im 16. Jahrhundert auf dem damaligen Hofgestüt in Lipizza im heutigen Slowenien diese spanischen Pferde zu züchten. Ein Lipizzaner, der für die spanische Hofreitschule ausgewählt wird, muss sehr strenge Anforderungen erfüllen. Lipizzaner sind besonders kräftige Pferde, die für die Dressur gezüchtet werden. Die Fohlen wissen von ihrer Zukunft in Wien noch nichts und genießen die Zeit auf Schloss Piber mit ihren Pferdemamas und Jakob. Lipizzaner Die Reise geht weiter von Piber in der Weststeiermark entlang des Südostrands der Alpen nach Herberstein. Hier haben sich Bäche und Flüsse tief in die Landschaft eingeschnitten und so die charakteristische Form der Region geschaffen, mit Bergen, Hügeln und tiefen Klammen. Schloss Herberstein liegt versteckt auf einem Felsen zwischen den Bergen, geschützt durch den Lauf des Flusses Feistritz. Eigentlich war Schloss Herberstein eine Burg für Raubritter, die sich hier im unwegsamen Gelände versteckten. Aus den Raubrittern wurden Adelige, aus der Burg ein Schloss mit einer bis heute erhaltenen Gartenanlage. Schloss Herberstein und seine Gärten sind das Refugium von Andrea Sargmeister. Sie findet hier die Grundzutaten für ihre kulinarischen Kunstwerke. Ich umgebe mich gern mit schönen Dingen und die Rose ist einfach was Schönes und ich mag den Duft, ich mag die Farben und ich verarbeite sie. Aus Rosen macht Andrea Sargmeister Marmeladen und Sirupe. Der über Jahrzehnte verwilderte Schlossgarten wurde von den Herbersteins nach alten Stichen und Gemälden wieder angelegt. Andrea Sargmeister verliebte sich in die historischen Rosenzüchtungen. Heute sind die Herbersteinrosen fester Bestandteil ihrer Kreationen. Für mich macht die Rose der Duft interessant und schön sind die Farben, die vollen Blüten. Ich finde persönlich die historischen englischen Rosen am schönsten. Schon knapp nach Sonnenaufgang macht sich Andrea auf den Weg in ihr duftendes Paradies. Unzählige Sorten pflanzten die Schlossherren auf Herberstein. Klassische englische, ebenso wie Neuzüchtungen. Einen Teil der Blütenpracht erntet Andrea, wenn früh am Morgen die ersten Sonnenstrahlen, die Knospen öffnen. In der Früh erstrahlen die Farben der Blüten besonders kräftig. Und auch ihr Duft ist sehr intensiv. Andrea möchte Duft und Farben konservieren. Deshalb sucht sie beim Pflücken nur die schönsten und wohlriechendsten aus. Nicht jede Rose duftet gleich stark. Auch die Duftaromen wechseln. Hier im Garten setzt Andrea die Duft- und Farbkombination zusammen, die sie später weiterverarbeitet. Dank der Vielfalt auf Schloss Herberstein kann Andrea aus einem großen Reservoir an Variationen schöpfen. Und dank des täglichen Zuschnitts blühen die Rosen bis in den Herbst. Um die Blüten ganz frisch zu halten, werden sie gleich am Schlosshof weiterverarbeitet. Zum Einkochen wird zuerst ein Zuckersirup erhitzt. Ich kreiere die Sachen alles selbst. Ob es Torten sind oder die Gilees oder die Sirupe. Ich mache nie mehr wie drei Liter oder drei Kilo in einem Topf, damit auch der volle Fruchtgeschmack und die volle Blüte im Glas ist. Seit 2003 führt Andrea den elterlichen Obsthof. Doch das Obst nur auf den Märkten anzubieten, war der studierten Künstlerin zu wenig. Andrea verwendet nur die schönsten Blüten. Aufgekocht und in Gläser gefüllt werden sie konserviert. Von den Rosen auf Schloss Herberstein geht es weiter zum Semmering, dem Alpenpass mit der ersten Gebirgsbahn der Welt. Die Route führt über die Fischbacher Alpen nach Norden. Bevor die Gebirge rund um den Semmering am Horizont auftauchen, breitet sich eine malerische Landschaft aus. Hier liegt die gotische Wallfahrtskirche am Pöllerberg. Um weithin sichtbar zu sein, wurde sie auf einen Bergrücken gebaut. Oder das Stift Vorrau, das über Jahrhunderte nicht nur als Kloster, sondern auch als Wehranlage diente. Über den Semmeringpass wurde bereits im Jahr 1854 eine Bahnstrecke gebaut. Sie gilt als Meilenstein der Eisenbahngeschichte. Heute ist sie Weltkulturerbe und immer noch in Betrieb. Es ist die reguläre Bahnverbindung von Wien in den Süden. Die kühne Architektur der Viadukte und Tunnels fasziniert auch heute noch. Doch inzwischen muss die Strecke viel mehr Verkehr bewältigen als zu ihrer Entstehungszeit. Zur Zeit des Fernes Jäckle ließen sich viele wohlhabende Wiener am Semmering nieder. Luxuriöse Grand Hotels wie das Pannhans entstanden. Der Semmering war mit der Bahn leicht zu erreichen. Die Wohlbetuchten aus der Hauptstadt konnten vor ihrer Haustüre Bergluft schnuppern und der schlechten Stadtluft entkommen. Das Kalkgebirge rund um den Semmering ist von zahlreichen Höhlen durchzogen. Einige interessiert nicht so sehr der Blick von oben, sondern vielmehr das darunter. Wenn man einen Kick sucht, ist das Höhlentauchen, glaube ich, vollkommen verkehrt. Da sollte man lieber mit einem Gummischniedel an Brücke herabespringen. Es ist mehr, du bist in der Natur, du bist an Stellen, wo teilweise noch nie jemand dort war, vor allem bei Neuland halt. Das ist einmal ganz, ganz eine interessante Erfahrung, Sachen zu sehen, wo du genau weißt, okay, da war noch nie jemand vorher. Martin Göksu zählt zu den erfahrensten Höhlentauchern Österreichs. Für verschiedene Forschungsprojekte geht der studierte Mediziner den Geheimnissen der Alpenhöhlen auf den Grund. Du hast eine gewisse technische Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung an sich selber. Das heißt, Höhlentauchen ist zumindest 80 Prozent im Kopf und der Rest ist einfach Training und Ausrüstung. Es gibt in einigen Höhlen noch Neuland. Allerdings wird der Zustieg immer mühsamer und immer schwerer. Also man muss dann wirklich oft viele Hundert, oft Höhenmeter auch gehen mitsamt der Ausrüstung. Der Startpunkt wandert immer weiter nach hinten, wo das eigentliche Tauchen oder das Forschen dann anfängt. Martin taucht nie alleine. Passiert ein Unglück, kann der Partner Hilfe holen. Die Höhlentaucher haben den Zeitpunkt ihrer Rückkehr exakt angegeben. Ist der Zeitpunkt überschritten, startet ein Rettungsteam, um nach ihnen zu suchen. Und dann gibt es natürlich Sicherheitsgrenzen, an die man sich halten sollte. Das macht unbedingt Sinn. Und dann sagt man, okay, bei dem Punkt ist jetzt Ausende. Und zwar von der Ausrüstung her. Wenn ich sage, ich habe zum Beispiel diesen Gasvorrat erreicht, diesen Punkt, dann ist absolut umdrehen. Egal, ob ich noch gern 100, 200 Meter weiter rein eingedrungen wäre oder nicht. Ein weiterer Punkt ist auch noch, man muss dann umdrehen, weil man sich unwohl fühlt. Und vollkommen wurscht, ob das Haus noch mal drei Meter nach dem Eingang ist oder 300 Meter. Auch da spielt die Tiefe keine Rolle. Es hat einfach keinen Sinn, was zu riskieren. Nur weil man ein Ziel, das man sich vorher zu Hause in der Wohnung gesetzt hat, unbedingt durchziehen will. Dann muss man raus, diese Situation, die das Unwohlsein hervorgerufen hat, einfach noch einmal trainieren. Am besten in gesicherter Umgebung. So lange, bis das alles im Blindflug klappt. Und dann kann man sagen, gut, jetzt gehe ich da rein. Und dann ist diese Situation, die vorher super unangenehm war, plötzlich ganz normal. Dann ist es natürlich einfach eine riesige Neugier. Man will wissen, wie weit geht es, was kommt dort hinten. Und man ist in Wahrheit tatsächlich erst dann zufrieden, wenn es bei einer Neuforschung nicht mehr weitergeht. Erst dann ist es in Ruhe. Und auch wenn sich das über Jahre zieht, so ein Projekt, man ist wirklich erst dann zufrieden, und wenn Sackgasse ist, wenn absolut aus ist und keine Möglichkeit mehr das zu umgehen oder irgendwo durchzuschummeln oder was freizugraben, dann hat die Seele ja Ruhe und dann kann man die Hülle quasi abschließen. Die Reise geht weiter über die Kalkalpen der Obersteiermark ins Ausseerland. Die nächste Station ist Sankt Martin am Grimming. Auf der Strecke liegt der steirische Erzberg. Hier wird schon seit über 1000 Jahren Eisen abgebaut. 900 PS starke Schwerlaster transportieren das Gestein zur Weiterverarbeitung. Die Pyramidenform entstand durch den Tagbau in Stufen. Immer weiter gruben sich die Bagger in den Berg und schufen eine spektakuläre Geometrie innerhalb der sonst so zerklüfteten und schroffen Kalkalpen. Das Eisen des Erzbergs ist in einer Welt, in der Rohstoffe knapp werden, immer noch begehrt. Die Eisenindustrie ist daher in der Obersteiermark nach wie vor der wichtigste Arbeitgeber. Noch heute zwingen die Berge zum Respekt vor der Natur. Früher fürchteten die Menschen die hohen Gipfel. Keiner wollte freiwillig hinauf. Erst der Tourismus brachte den Alpinismus mit sich. Am Eingang zum Salzkammergut steht der Grimming. Wie der Name bereits vermuten lässt, war er einst ein gefürchteter Berg. Berüchtigt für seine plötzlichen Wetterumschwünge. Im Tal geht es gemütlicher zu. Hier im Ausseerland gehört die Tracht noch immer zum alltäglichen Straßenbild. Auch bei der jungen Generation. Und dazu gehören die richtigen Schuhe, die von Sonja Grill gefertigt werden. Ich bin Maßschuhmachermeisterin. Und das Besondere ist, dass ich wirklich individuell auf die Wünsche der Kunden eingehen kann. Nicht jemand, der was Probleme hat mit den Füßen, sondern einfach der sagt, ich möchte diese Farbe zu meinem Anzug dazu haben. Ich möchte genau diesen Schuh haben. Und nachher kann man das wirklich so berücksichtigen. Sonja Grill fertigt die sogenannten Haferlschuhe. Die Grundlage jedes Haferlschuhs ist das richtige Leder. Beim Zuschneiden entsteht bereits die Form des Schuhs. Das Leder ist ein wunderbar schöner Werkstoff. Er lässt sich herrlich formen. Man kann neue Ideen schaffen. Man kann einfach kreativ sein. Aus nur einem Stück Leder lässt die Meisterin den Schuh entstehen. Durch das, dass mein Vater fast 50 Jahre jetzt diesen Beruf ausübt, hier in Pichl-Kainisch, bin eigentlich in der Werkstatt groß geworden. Bin hier aufgewachsen. Bin, hab ein kleines Auf mitgemacht. Ein Haferlschuh ist ein typischer Trachtenschuh, der aus dem Oberteil meistens eben nur aus einem Teil gefertigt ist, wo keine Nette vorhanden sind. Bei uns sind aus See überwiegend in schwarz-grün gehalten, gibt aber jegliche Farbkombinationen genauso. Erst die Leisten geben dem Schuh die richtige Form. Die Sohle und das Leder werden über sie gespannt. Wir haben wirklich alles Leder, von der Hinterkappe angefangen, Brandsohle, die Ausballung, also Kork mit Zwischensohle drin. Und das ist einfach eine andere Qualität. Der Schuh ist langlebiger, er lässt sich wieder reparieren. Das ist was heute auch nicht mehr allzu selbstverständlich ist. Es ist ein bisschen ein festerer, kompakterer Schuh, aber der Fuß durch die Feuchtigkeit und durch die Wärme vom Fuß macht er sich sein eigenes Fußbett drin und dann fühlt man sich erst so richtig wohl in dem Schuh. Der Name Haferlschuh stammt vom Englischen aus Haafschuh. Ist früher ein halbhoher Schuh gewesen und ist nachher eben niedriger gewesen, deswegen der halbe Schuh. Und da hat sich der Name Haferlschuh herentwickelt. Das Oberteil wird mit der Sohle von Hand vernäht. Einen Haferlschuh trägt man nicht nur eine Saison, sondern über Jahre. Entsprechend sorgsam setzt Sonja Stich um Stich. Die Landschaft des Ausseerlandes ist von Wasser geprägt. Staumauern zähmen vielerorts die Kraft der Gebirgsbäche. Doch hier und da findet man sie noch in ihrer natürlichen Form. Wie hier an der Salza im Grimming-Massiv. Manche suchen hier den besonderen Kick. Sie durchqueren die Schluchten und springen die Wasserfälle hinab. Das sogenannte Canyoning erfordert ein hohes Maß an alpiner Qualifikation. Die gefährliche Trennsportart führt immer mehr Menschen in unzugängliche Gegenden der Alpen. Ist man erst einmal in eine Tour eingestiegen, ist ein Rückzug oft nicht mehr möglich. Denn am Ende wartet der Wasserfall. Eva Grössinger wandert gemeinsam mit ihren Freunden beinahe jedes Wochenende durch die Schluchten. Das Schönste beim Canyoning für mich ist das Naturerlebnis. Mit Abseilen und über Wasserfälle, über Ruhe. Und einfach da durchgehen und Sachen sehen, die nicht völlig überlaufen sind, wie irgendwelche Wanderwege auf Bergen. Einfach dieser direkte Kontakt mit der Natur ganz auf du und du. Es ist nicht diese introvertierte Welt, die in deinem Kopf stattfindet, sondern es ist das tatsächliche, echte Leben. Der Austausch mit, also Wasser ist echt da und Wasser kann ich wegspülen und du kannst ins Wasser springen. Canyoning-Touren führen durch die unwegsamsten Gebiete der Alpen. Dazu braucht man eine spezielle Ausrüstung. Um sich vor dem eiskalten Gebirgswasser zu schützen, tragen die Sportler Neoprenanzüge. Die Helme schützen vor Steinschlag, der jederzeit niedergehen kann. Das Wichtigste und das Gefährlichste ist, glaube ich, die Temperatur, die Kälte und die Wettereinflüsse. Ich bin eigentlich in der Forschung, in der Krebsforschung. Ich mache gerade meinen Doktor. Und es ist ein bisschen konträr. Aber eigentlich ergänzt es sich ganz gut, weil man doch relativ viel im Labor steht und es doch sehr viel im Kopf arbeitet. Und auf der anderen Seite, wenn man dann in der Schlucht ist, das kann man ja am Wochenende machen oder in der Freizeit, ist das einfach völlig unwichtig. Und es treten einfach ganz andere Sachen irgendwie in den Vordergrund. Und das ist ein guter Ausgleich. Der Höhepunkt und Abschluss ist der 40 Meter hohe Wasserfall. In den meisten Schluchten springt man eigentlich gar nicht, aber es gibt schon immer wieder Sprünge. Das ist eigentlich ganz lustig. Sollte man schon irgendwie vorher mal sicher gehen, ob da unten keine Steine liegen oder Felsen oder irgendwelche Äste sich verglemmt haben. Das ist eigentlich schon wichtig, bevor man runterspringt. Sollte man austauschen, jedes Becken. Der Wasserfall wird zuerst gesichert. Ein Sprung von ganz oben wäre zu riskant. Der Tourenführer befestigt ein Seil, an dem sich die Schluchtenspringer herablassen. Das Seil führt weg vom Felsen und den erdrückenden Wassermassen. Vorsichtig lässt sich Eva die ersten Meter am Seil herab. Und entsichert erst nach der Hälfte des Wasserfalls. Da ist es schon wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut. Ich würde nicht jedem x-beliebigen mein Leben in die Hand legen. Also man sollte sich gegenseitig auf jeden Fall vertrauen. Und das schadet auch nicht, wenn man sich gut kennt und wenn man schon mehrere Touren miteinander gegangen ist, dann weiß man, wie es mit der Verständigung ist und dann weiß man, welche Systeme wer verwendet und man kann sich gut miteinander absprechen eigentlich. Vom Rande des Salzkammerguts geht es nun nach Bad Aussee. In der uralten Kulturlandschaft wird seit Jahrtausenden Salz abgebaut. Das Salzkammergut zählt zu den regenreichsten Gegenden der Alpen. Zwischen den Bergen befinden sich die Seen, die das Salzkammergut für den Tourismus attraktiv gemacht haben. Einer der größten von ihnen ist der Grundelsee. Hier hat sich eine besondere Tradition erhalten. Der See wird mit Booten befahren, die an die Gondeln von Venedig erinnern. Heute liegt der Grundelsee ruhig zwischen den Bergen. Ideal für eine Fahrt mit einer Plätte. Plätte stammt vom Wort Platt, das die Konstruktion dieser Boote beschreibt. Sie sind an ihrer Unterseite flach. Die Plätte wird mit nur einem Ruder fortbewegt. Heute gibt es nur noch wenige Exemplare der Originalplätten und noch weniger Menschen, die wissen, wie man sie baut. Erhard Amon ist einer, der diese Kunst beherrscht. Sein Tischlereibetrieb am Grundelsee hat eine lange Tradition. Angefangen mit dem Plättenbauen hat mein Großvater und der war bei der Bundesforste bei der Holzknecht und da hat er eben für die Holzknecht die Plätten gebaut, weil das Holz über den See getrifftet wurde und da hat man eben diese Plätten gebraucht. das hat sich überliefert auf meinen Vater und mein Vater hat es uns überliefert und somit ist das jetzt kann man sagen bei uns in der dritten Generation und die vierte kommt noch. Erhard Amon verwendet auch heute noch ausschließlich Naturmaterialien aus der Region zum Bau seiner Plätten. Moos dient als Dichtungsmaterial an der Unterseite des Bootes. Es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus. Die Leidenschaft am Plätten bauen ist das einzigartige, die einzigartige Form und man braucht einzigartige Materialien, die nur bei uns so wachsen in unseren Wäldern. Erhard biegt Äste von Stauden geschmeidig, um sie später wie Seile verwenden zu können. Die Haltbarkeit solcher Naturmaterialien ist weit länger als die von so manchem Produkt aus Glasfaser oder Plastik. Jede Plätte ist ein Unikat. Bevor sie zu Wasser gelassen wird, befestigt der Meister gemeinsam mit seinem Bruder das Ruder am Seil aus Weidenholz. Die Konstruktionspläne dieser Plätten sind ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Einfachheit ist das höchste Prinzip. Richtige Pläne gibt es eigentlich vor der Überlieferung nicht. Mein Großvater hat uns das Brät geteilt und gesagt so macht es. Eigentlich ist da alles drauf, was man braucht. So ein Plätten ist 8 Meter 57 lang ist 7 parig wie man bei uns sagt. Das heißt die Kippen sind eben 7 mal vorhanden. Das sind die Abstände, das sind die Breiten, das sind die Höhen an den Seiten und wenn man es umtrat sind da 7 verschiedene Schrägen drauf, die eben die Form vom Boot oder von Tabletten geben. Das reicht vollkommen aus. Erhard kennt die vielen Details, die es braucht, damit so eine Plätte nicht sinkt. Aber die bleiben sein Geheimnis. Ebenso wie es für Außenstehende immer ein Geheimnis bleiben wird, wie man dieses flache Boot mit nur einem Ruder bewegen kann, ohne andauernd im Kreis zu fahren. Man kann es zu dritt oder zu zweit anrudern, aber oft rudert man es immer langer und dass man da nicht runter in den Kreis fährt, muss man eine ganz gewisse Technik, Rudertechnik anwenden. Das ist eben mit einem gewissen Treib am Ruder zu bewerkstelligen und das braucht natürlich ein bisschen Übung und ein Können, was man eben sich anfertigen muss oder aneignen muss. Die jungen Grundlseer und Grundlseerinnen, die erlernen das mit Leichtigkeit und auch mit Freude. Auch Bernhard, der Sohn von Erhard Amon, lernt das Handwerk. Er soll das Wissen um die Plätten in die nächste Generation tragen. Im Salzkammergut leben viele Traditionen fort. Die Seen des Ausseerlands sind die letzte Station der heutigen Reise. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020